Groups are under attack. Indeed. I claim this site. I require more murder. The Royal Order of Mundart greets you, sir. Taste now and steer! Praise Lunaria. The Royal Order of Mundart greets you, sir. A new aid for you, sir. A new aid for you, sir. Wieso hab ich die Goldmine nicht mitgekriegt? Wahrscheinlich nicht naheinander Goldmine. Dann müssen wir noch eine Weile hier kampieren. Tut mir leid. Ich hätte die Goldmine auch gerne. Du kannst wieder zurückgehen. Das Worte untot ihr... Türme. Ja, ne, danke. Ich kümmere mich gleich drunter. Moment, Moment. So, ich halt einfach mal hier daneben. So. Nein, nicht zum Turm gehen, danke. Das machen wir gleich, wenn wir Feuerpfeiler... Danke, könnt ihr vielleicht nicht so nah am Turm reingehen. Aber was haben die für eine Reichweite? Alter. So. So viele Skelette dabei haben. Scheiß Skelette. Warte mal. Er kommt jetzt hier nach oben. Starlos. Das ist Zeit. Wenn wir die Mine da einnehmen. Okay. Da kommen wir's gegenmachen. Die Hände sind unter Attacken. Vor uns, El-Hodya. Wir haben nichts gemacht. Zu Arm. Vorwärts. Unterweg. So. So. Das Hammer. Wir haben einen Turm für uns kaputt gemacht, deswegen... Gehen wir da mal hin. Ah, du Idiot! Wieso geht... Gehen wir da hin. Gehen wir das hin? Gehen wir die finanzielle an die Türme in? Gehen wir alle hin. Nee, ist klar. Idioten. Und fähigen Idioten. Und fähigen die Idioten! Lass doch den Dragon Knight durch. Da muss er einmal drauf schlagen, dann ist das Ding kaputt. Weil man hat natürlich das selbst nicht so einen Scheiß. Generekt. Ich brauche mal noch so ein Dragonschrein. Ich glaube da gibt's Upgrades gegen Untote. Bin mir nicht ganz sicher. Ich will mal eben checken. Iceguards. Ne, da gibt's nur plus Combat. Ja, warum nicht. Genug Rohstoffe davon habe ich. So. Haben wir das erst mal im Griff. Vielleicht haben wir genug Mondis und Fernfeuerpfeile. Entschuldigung. Ähm, danke. Ich glaube wir brauchen hier auch Türmen. Ich weiß nicht ob ich auf diese Idee komme, aber ich habe den Eindruck ich brauche Türmen. Deine Gebäude sind unter Attacken. Wahrscheinlich reicht's mit dem Wisps nicht mehr. Dann brauchen wir halt Türmen. Was machen wir das hier dann? Jetzt sind wieder einer gestorben worden. Gut. So, wir haben Feuerpfeile, dann würde ich mal sagen, Kenos. Angriff. Wow. Wozu Geier kommt die Armee jetzt auch immer schon wieder her. Ja, ne. Ja, ne. Skelett-Kavalerie, ja danke. Und Belagungswaffen, ja toll. 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 Äh. Fuck, untote. Aber ich brauche mehr Bäume für, für Dragon Knights. Ich weiß nicht wie ich auf diese Idee komme. So, ich hab so viel Kristall. Ich brauche Gold anscheinend. So, ich hab so viel Kristall. Ich brauche Gold anscheinend. Und diese Angriffe in die Flanke hier von dem, von dem Untot. Und ich voll, voll unfair. Ach, deswegen heißt es nicht Untot, weil die Unfair... Ah. Ah. So. Ne, wir bauen Dragon Knights. Die haben die Angriffe da lang genug aufgehalten, dass die Munster was machen konnten, aber die haben halt noch nicht die genug, die haben halt noch nicht die kritische Masse an, äh, Einheiten, um irgendwie lange zu überleben. Und das hat nur so ein, zwei sind, die sind dann halt zu schnell tot. Der Schaden muss so ein bisschen verteilt werden. Vorher ist das so ein bisschen blöd. Tschüss. Ah, was fehlt mir denn? Stein. Ha. Können wir was gegen machen? Die Royal Order of Moongard greets euch, Seil. Die Royal Order of Moongard greets euch, Seil. Ich empfehle es für den Lundarien, Herr King. Was ist das für Blut? Tja, böse Kreaturen, okay. Vielleicht. Könnte natürlich mal wieder Lunarion herbeirufen, aber so schlimm ist es glaube ich jetzt nicht. Der hat noch das komischen Helden hier, der blaue. Immer diese komischen Helden. Heil zu dem König! Du brauchst Morgaard. Gold für Türme, okay. Scheiße. Schießen, danke. So, ich... I need more Gold. Ja, dann machen wir mal hier Gold. Ach ne, das. Komm, komm, komm. Mein Blatt ist fertig. Mein Leben für den König. Für den Mond-König. Ich bin sicher. Ich bin für Lunarion. Sollte ich nicht zu viel, glaube ich, in einen Satz packen. Glaube ich. Ah! Entschuldigung, Entschuldigung. Das sind so Sachen, die finde wahrscheinlich nur ich lustig. Tut mir leid. Gut, also. Ichける bekannt. Gut, also, einfach nur die Zukunft der mir gebrauchen und bei der Klage wahlen. Ganz Pfeffer. Oder soll man? sie mal sie können wir auch nicht heilen. sehr schön. weiter immer weiter so da unten haben wir hier eine armee macht sie kaputt da ist noch mehr. zurückgehen ok ein paar dragonnights sind wieder gestorben aber jede menge gegner sind auch gestorben und wir haben neue dragonnights hier. wollen wir gleich mal mitholen den turm bitte. danke so das einnehmen wo kommt die armée schon wieder auf einmal her ey ich stehe die ganze zeit um wo ist der jetzt durchgelaufen bitte ja bring meine alten wisps alle um danke what the shit titan was zum geier ist hier denn heute los irgendjemand meins ernst tja gut wo ich hab mal gehofft ich habe meine mission ohne dass ich mehr als hälfte des gefolgs verliere des gefolges verliere scheint habe ich mich aber geirrt das ist ja vor allem die türme einfach so ignorieren nur weiter ein paar wisps daneben stehen gemein voll gemein ach mist war noch so jung das ist einfach mal kaputt als rache was ist das anders wo soll was ach da schon wieder belagerung ja nee ist da scheiß belagerungswaffe hier überall auf einmal auf dieser karte sieht man ja auch nix wie viel türme soll ich noch bauen und dass er einigermaßen sicher ist anscheinend mehr das ist irgendwo so ein helden müssen wir jetzt mal hier jagen ich habe keine lust mehr auf den scheiß das ist lustig keine frage ob es besonders hilfreich immer ist ist eine andere geschichte das schildert ja ok gut ich sehe es das ist ein schritt nach vorne feuer schauen lustig ja gut wie sieht es eigentlich mit rohstoffen aus das teil haben wir noch genug metall nicht und ist noch eine weitere basis ich weiß nicht was ich als erstes kaputt machen will er baut schon wieder irgendwo irgendwas auf wir wissen noch nicht wann gut ist so da den kaputt machen geht es hier hin tschüss so und jetzt gehen wir als nächstes hier hin Karri und Drachen und eben ein Titanen bist ja jetzt mal bitte hier alle mal bitte vernünftig aufstellen und nicht alles hier durcheinander danke und wie auch so aus den drachen meine ich Äh, scheiße. Ja, danke. Ja, was hab ich gesagt? Mit Titanen explodieren. Man sollte nicht in der Nähe stehen. Dankeschön. So, so viel dazu. Komplette Truppen quasi ausgelöscht. Weiß nicht, ob einer der besser ausgebildeten Mondwächer noch lebt. Anscheinend nicht. Sehr gut. Fangen wir nochmal von vorne an. So, wir haben unser komplettes Gefolge verloren. Mal wieder. Geil. Nur wie übrigens scheiß Titanen schon wieder. Die können alleine nicht so viel. Es ist nicht so, dass sie besonders mächtig wären. Aber diese scheiß Explosion am Ende. Ja, gut. Nehmen wir das mal ein. Kommt schon wieder Drachenlechts. Was? Echt? Auch nicht. Dein. Ich dachte, wir haben nur jetzt den Boot gegen Drachen. Anscheinend nicht gegen diese. Hm. Woa, 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 woa. What the shitting shit. Äh, ja. Drachenlechts. Geschossresistent. Und Flächenschaden. Und was weiß ich was. Ja. Gut. Ich glaub, das ist verloren. Das erste Mal. Seit längerem. Glaub ich. Ey, scheiß Dracolix. Kommt vielleicht noch was raus? Ne. Zwei Dracolix. Ja, die machen alles kaputt. Ne, ist klar. Dein Angriff ist unter attacken. Ist da. Ne, ist da. Mein Angriff und stirbt. Ja, ist richtig. Ist richtig. Sehe ich auch so. Alter, die Waldfee. Ja, Dracolix. Habe ich schon mal gesagt. Untote sind unfair. Weil sie sind's. Aus irgendwelchen Gründen sind die jetzt abgehauen, weil sie irgendwelchen Forks hinterher rennen müssen. Ja, ich muss mich erst mal wieder aufbauen. Tut mir leid, das dauert jetzt. Ich kann mal wieder ein bisschen tauschen. Das steht glücklicherweise noch. Tja, ich brauche mal wieder ein paar Wisp. Dein Angriff ist vor allem so richtig was effizientes habe ich gegen die auch nicht. Mas, Mas Mundi ist vielleicht. Aber ist auch... Geht weg. Ist nichts für euch. Jetzt kommt wieder so ein Skeletz und damit der mit dem Ding umbringen. Was haben die eigentlich für eine Reichweite? Dieser scheiß Assis. Ja, danke. Einer ist tot. Ja, juhu. Yeah. Ja, jetzt wäre ich von dem Woran. Ja, nee. Ja, ja. Ja, es ist offensichtlich. Ich gebe auf, vergiss es. Tschüss. Ich kann ja gar nicht die Plumissi machen. Doch, ich kann hier resignen. Okay. Das ist ja verrückt. Also, wenn ich das noch irgendwie retten kann, kann ich hoffen, dass die Gegner sich gegenseitig kaputt kloppen. Man stadt nicht kaputt zu kloppen. Aber selbst dann ist halt, dass die Moral ist halt, weil der Held weg ist, ist die Moral halt scheiße. Deswegen ist es halt so... Ist alles scheiße. Ohne Moral ist alles... Ich hab schon mal gesagt, die Skelett-Kavallerie hassen. Ich bin mir nicht sicher. Und die Kräfte sind hinterher. Ja. 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 Wee. Random Crit. Mal wieder. Wee. Wee. Ja. Das war nicht so besonders erfolgreich hier jetzt. Warum eigentlich? Naja. Egal, tut mir leid. Ich glaube, ich mache das nächste Mal was anderes. Also irgendwie die Untoten machen das halt ziemlich kaputt. Also dieser Titan da, dann die komplett Armee verlieren und dann halt diese komischen Riesenangriffe mit den Dracolix machen. Wenn man genug Mondwächter hat, dann sind die nicht ein Problem. Ja, dann kann man die ausschalten, bevor sie lange noch rankommen, um irgendwas zu machen. Aber weil ich halt nicht mehr genug hatte wegen dem Titan, war halt nicht genug. Und dann machen die alles kaputt. Wenn die gegen Gegner einzeln kämpfen, sind die wesentlich zu mächtig, weil die Erfahrungslevel aussaugen. Das heißt, für jeden Gegner, den die umbringen, kriegen die nicht eine Erfahrung, sondern so im Schnitt 10 bei den Anfangserfahrungsleveln, die meine Leute haben. Und dann kriegen die ständig Stufenaufstiege, heilen und die gehen nie kaputt. Ja, also von daher, die muss man halt schnell ausschalten, sonst machen die einen kaputt. Das haben wir gerade gesehen, was dann passiert. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir hier mal nach Yilari gehen und mal gucken, was da los ist. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.